Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Video von uns. Mein Name ist der Burda und wir sind die Snicklers Guild und wir machen hier auf YouTube Videos rund ums Thema Web3 Gaming und Airdrops. Heute, liebe Leute, endlich mal wieder ein Update-Video. Einfach mal so ein Play-to-Earn-NFT-Gaming-Web3-Update-Video, was denn so in den letzten Tagen und Wochen im Space passiert ist. Ich habe nämlich einige Fragen dazu bekommen, sowohl hier auf YouTube wie aber auch auf Twitter und wie auch privat, was denn zum Beispiel gerade bei SLP abgeht. Und nicht nur darüber wollen wir reden, wir wollen über AXS reden, wir wollen über den Ronin-Token, natürlich wollen wir über Ronin reden, mein absolutes Lieblings-Asset. Dann wollen wir über das neue Spiel, was auf Ronin gedroppt ist, Pixels reden. Das wurde nämlich heute auch migriert sozusagen auf die Ronin-Blockchain mit wirklich Millionen von Usern vorher schon. Dann wollen wir uns mal angucken, was bei Big-Time-Gaming abging. Die haben nämlich auch einen Token-Release. Dann reden wir über Rebelbots, die release nämlich morgen ihr Spiel. Und wie ihr merkt, Leute, es passiert gerade sehr, sehr viel und darüber wollen wir reden. Also viel Spaß beim Video. Ja, liebe Leute, was ging denn bei SLP ab? Ich habe mich auch sehr, 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 sehr gewundert, was da die letzten Tage passiert ist. Es ist jetzt Ende Oktober, morgens der 1. November und wenn wir mal gucken, vor einer Woche oder vor einem Monat ging hier bei SLP relativ wenig. Es ist tatsächlich so, dass SLP momentan auch wieder gehypt ist, denn momentan wird für jedes SLP, was hergestellt wird, werden 10 verbraucht. Das ist auch wirklich mal, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, jedes eine SLP, was hergestellt wird, 10 davon werden fürs Brüten verbraucht. Das ist echt richtig krass. Momentan wird ja auch wieder viel gebrütet. Ich selber brüte auch. Ich werde euch die Tage irgendwann vielleicht auch nochmal um in der Videobeschreibung einen Link verlinken, wo ich ein bisschen was zu meiner Brütstrategie erzähle. Genau. Ich brüte schon seit zwei, drei Monaten wieder. Auch einmal privat, einmal mit meinem Kuppel Julio, der ja aus dem Top 20 ist. Und genau, deswegen man sieht, es ist wieder eine große Nachfrage. Aber nur von dieser Nachfrage habe ich mir gedacht, kann das eigentlich nicht sein? Denn wenn man ja einen Blick zurückwirft, hier wurde schon immer wieder viel gebrütet. Und hier hieß es auch schon immer, ja, wir verbrauchen dreimal so viel, wir verbrauchen viermal so viel. Vor zwei Wochen hieß es, wir verbrauchen schon siebenmal so viel SLP, wie hergestellt wird. Und jetzt tatsächlich sind wir an dem Punkt angekommen, wo zehnmal so viel SLP schon verbirnt wird durch das Brüten, als gerade hergestellt wird. Das heißt, an sich auf die lange Sicht bedeutet das natürlich, dass die Nachfrage immer höher bleibt für SLP als das Angebot, was wir gerade haben. Aber dieser super große Spike, also gestern, wenn man sich das auf den Monat anguckt, haben wir hier fast 100% gemacht. Und am ersten Tag, wo der Spike hier war, da hatten wir knapp 40%. Dann am nächsten Tag hatten wir nochmal knapp 60%. Und da sind wir jetzt immer noch ungefähr, das heißt, die 40 und die 60 ergeben auch genau dann die 100%, die wir da hatten, gerade gesehen haben. Und zwar folgende News kam jetzt raus, die kam jetzt heute Morgen, vor sechs Stunden hat Axie Infinity die News gedroppt, dass Binance heute ein SLP-Leverage-Programm rausbringt. Also hier kann man mit einem 50er Hebel sozusagen SLP traden. Ich habe keine Ahnung, warum das Binance released hat. Also ich verstehe es gar nicht, warum denn auch gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, was sie sich davon auch verhoffen. Ich verstehe auch nicht, also ich weiß auch nicht, ob da, also ich denke nicht, dass Axie Infinity oder Sky Mavis, die Firma dahinter, irgendwie damit involviert war. Ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Vielleicht deswegen auch, dass SLP was von ein paar Tagen gekauft wurde. Ich weiß nicht, ob Binance das gekauft hat oder nicht. Das ist natürlich alles jetzt reine Spekulation. Ob man das hier jetzt machen sollte, ich weiß es nicht. Ich kenne mich gar nicht aus mit so Leveraging und mit Hebelhandeln und sowas. Da bin ich nicht der Experte für. Da müsst ihr bei wem anders vorbeigucken. Auf jeden Fall hat das anscheinend auch für zu Hype geführt. Vielleicht wussten das auch ein paar Insider vorher, haben dann einfach massig hier SLP eingekauft. Genau, Axie Infinity hat das vor 6 Stunden gepostet, jetzt 7 Stunden tatsächlich. Genau, bisher ist noch nichts passiert. Ich habe auch den ganzen Tag schon versucht auf Binance Bitcoin zu kaufen, aber die sind heute irgendwie down. Ich weiß auch nicht, was da passiert, aber ich konnte den ganzen Tag auf jeden Fall nichts kaufen. Ich bin gespannt, was mit dem Preis passieren wird, wenn dann dieser Hebel hier ist, wenn es gehandelt wird. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt und wir werden das auf jeden Fall weiterhin beobachten. Beim Token AXS ist das ein ähnlicher Verlauf gewesen, nachdem SLP gepumpt hat, hat direkt auch AXS gepumpt, aber dann diesen zweiten Pump sozusagen hier nicht mehr mitgenommen. Das heißt, den ersten 40er Pump hatten wir hier mitgenommen und dann ist es aber auch wieder weiter runtergegangen. Aber trotzdem wieder stabil über 5 Dollar, sehr, sehr geil. AXS halte ich ja auch und stake ich es ja auch schon länger. Ich habe es auch im Liquidity Mining drin. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare. Kann ich mal ein aktuelles Video auch zu machen. Auch mal gucken, wie viel da so bei rumgekommen ist die letzten Monate und das letzte Jahr eigentlich. Genau, wenn man sich es sonst anguckt, war wir hier relativ immer an der gleichen Ebene. Wir sind jetzt wieder, das was wir vor einem Monat hatten, haben wir auf jeden Fall wieder gut hier mit dem Pump. Aber auch bei AXS ist es so, ich brauche AXS immer wieder zum Brüten und auch hier auf die langere Sicht gesehen. Also wenn es so weiter geht und ich meine, es wird ja tendenziell nur noch besser. Es werden ja nur noch mehr AXS gebrütet. Ich wurde heute von einem alten Guild Kumpane, hier Grüße an dich, du weißt wahrscheinlich wer du bist, wurde ich angeschrieben, ob wir mal wieder zusammen brüten wollen. Da meinte ich, nee, ich habe schon meine Brütfarben, reicht mir gerade. Aber ja, die Nachfrage ist wieder da. Leute wollen wieder brüten, was natürlich auch eine gute Aussicht ist für AXS. Kommen wir zum letzten Token, den wir uns heute natürlich nochmal angucken wollen. Ich möchte ja immer wieder über Ronan reden, ist eins meiner größten Assets auf jeden Fall. Auch da hatten wir den Pump gesehen, der wurde hier gefolgt sozusagen auch von SAP, dem Pump. Was jetzt ausgelöst hat, die Vermutung ist schon stark, dass SAP hier auch zuerst war. Sind wir wieder bei 50 Cent, mega nice. Ich habe gestern erst, habe ich auch bei Twitter gepostet. Wenn ihr mir noch nicht auf Twitter folgt, macht es auf jeden Fall. Ihr seht hier aktuell auf die Sekunde genau, wann ich was kaufe. Ich poste es hier immer. Gestern habe ich zum Beispiel gepostet, dass ich wieder Ronan gekauft habe. Habe mir nochmal 1000 hier zugelegt. Habe dazu geschrieben, mal gucken, wie dieser Post altern wird. Ja, meine Spekulation ist natürlich alles hier kein Financial Advice. Aber ich hoffe natürlich stark auf den Ronan-Token. Denn es werden immer mehr Spiele released, wie auch hier schon auf der rechten Seite steht. Pixels ist jetzt auch angekommen. Und Pixels hatte bereits schon über Hunderttausende von Usern. Ich glaube um die 700.000 Usern, die Pixels schon gespielt haben. Und all diese kommen jetzt natürlich auch mit auf die Ronan-Blockchain. Was natürlich nach mehr Nachfrage für diesen Ronan-Token schreit. Weil natürlich jede Transaktion mit diesem Token bezahlt werden muss. Und genau, Pixels will ich auch nochmal ein Video zu machen. Hier, wie gesagt, ist deren Twitter-Seite. Haben hier um die 100.000 Follower. Auch ist ein sozialer Farming-Simulator. So würde ich es nennen. Im coolen 8-Bit-Style. Ist auf jeden Fall ein cooles Game. Ich habe auch schon mal gestartet. Bin mit meiner Ronan-Adresse hier rein. Und habe angefangen hier Sachen zu farmen. Man kann denn hier so Berries farmen oder alles mögliche auch craften. Und dann auch gegen einen echten Token eintauschen. Das ist dieser Barry-Token. Und den kann man jetzt tatsächlich auf Ronan auch handeln. Also ich habe heute Morgen auch mir direkt ein bisschen Barry eingetauscht. Habe einfach mal 53 Dollar in Barry getauscht. Und habe die ins... Ja, ist kein liquides Farmen. Aber ich zeige euch das gleich nochmal. Habe das auf jeden Fall da hinterlegt. Und kriege dafür jetzt Fees, passives Einkommen. Und genau, Pets releasen hier auch bald. Und anscheinend mega cool. Ich habe es immer nur bei Twitter verfolgt. Und die Leute, die schlucken das auf jeden Fall. Also die, die ich sehe, die da spielen, die finden es mega geil. Ja, man kann dann so Partys teilnehmen. Kann da auch NFTs gewinnen. Und sich verschiedene Charaktere sozusagen als verschiedene Charaktere anziehen. Wenn man schon NFTs hat. Zum Beispiel Kaizo Kings oder sei es die Cyber Kongs. Dann kann man die hier migraten. Und hat dann sozusagen auch gleichzeitig den NFT hier drin sozusagen als Pixels Charakter. Genau, mega cooles Ding auf jeden Fall. Also auch coole Community dahinter. Wie gesagt, will ich auch nochmal ein Video zu machen. Wenn ihr das wissen wollt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und das motiviert mich dann natürlich nochmal auch wirklich ein Video dazu zu machen. Genau, soviel dazu. Und das sollte nur nochmal zeigen, wie sehr natürlich schön die Zukunft aussieht, wenn wir immer mehr Spiele hier drauf bekommen. Wir haben natürlich auch schon Battle Beers drauf. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Wir haben The Machines Arena. Und ja, umso mehr größere Spiele natürlich so kommen, umso größer wächst die Ronin- und die Sky Mavis-Community. Und natürlich dadurch auch immer mehr in der Hoffnung natürlich der Ronin-Preis. Aber gut, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Big Time Gaming hat einen Token released und das hat wieder für richtig Hype gesorgt. Und zwar Big Time Gaming, wir können es uns nochmal kurz angucken. Ich habe hier so einen YouTube-Shorts mal rausgesucht. Nur für diejenigen, die das Gameplay noch nicht kennen. Big Time Gaming ist so ein bisschen wie Diablo. Und ja, mit was kann man es noch vergleichen? Ist ein RPG einfach und mit Unity, mit der Unreal Engine, also auch die Grafik echt mega, mega cool. Man kann hier verschiedenste Waffen sozusagen als NFTs gewinnen, durch Dungeon Crawling oder auch natürlich verschiedene Skins und kann die dann wieder verkaufen auf dem Marktplace. Also wirklich auch vom Stil her gefällt es mir sehr, sehr gut. Wir haben vor einem Jahr auch mit gemintet, haben uns hier Land sozusagen oder wie es hier heißt, Space gemintet. Und ja, habe damit aber auf jeden Fall Minus gemacht. Also ich habe 1000 Dollar dafür ausgegeben. Ist jetzt nur noch um die 300 wert. Bin da definitiv im Minus. Ja, da war ich auch, habe ich mich selber vom Hype auf jeden Fall auch reißen lassen. Und ja, aber an sich trotzdem ein cooles Spiel. Die Community ist auch relativ groß. Es wird viel gespielt. Und jetzt das Coole, man kann ja endlich sein Land, sein Space sozusagen vermieten. Habe ich heute auch erst gemacht. Habe ich einfach mal reingestellt. Für 17 Dollar kann das jemand jemand 30 Tage lang zocken. Ich habe es einfach mal reingestellt. Wirklich von einer Stunde erst, damit es so schnell wie möglich auch dann von jemandem bespricht. Spielfeld einfach mal, um das Ganze auszuprobieren. Kann ich euch jetzt hier leider noch nicht sagen, ob das geklappt hat. Aber sie haben einen Token-Release, was für sehr viel Hype gesorgt hat. Und es ist auch eine neue Season. Und genau, das eigentlich hier, die Updates dazu. Genau, der Marktplatz ist auch weiter am Laufen. Also hier werden manchmal auch wirklich, das sind hier jetzt, ja, das sind nicht echte verkaufte Artikel. Aber hier werden wirklich auch manche Skins und manche Waffen für echt sehr, sehr viel Geld, also auch in den Tausendern, verkauft. Das ist echt einfach nur verrückt. Und ja, an sich einfach auch ein cooles Spiel. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, ihr wisst, wo ihr mich dafür fragen sollt. Als allerletztes gucken wir uns jetzt nochmal Rebelbots an. Da bin ich ja auch ein großer Bull drin. Ich habe natürlich ja auch schon in den Pre-Seasons gezockt. Eigentlich sollte ja noch eine dritte Season kommen. Aber sie sind schon soweit, es wirklich jetzt auch global zu releasen. Ein Spiel, was von Ubisoft auch mitgesponsert wurde und von Animoca-Brands und weiß ich nicht, wer noch, weil alles dabei war. Mega cooles Game. Die Preise von den Ländern haben auch richtig angezogen. Also da sind wir bei einem Floor-Preis. Ich glaube, Price High to Low von, nee, nicht High to Low, sondern Low to High von 0,0065 und dann schon 0,01. Also die, klar, auf OpenSea kann man auch mal nachgucken, aber ich würde immer empfehlen, mit weniger Fees hier auf dem Rebelbots Marketplace zu gucken. Und bei den Fighting Boys, da geht natürlich auch einiges. Genau, also, wenn ihr da mitspielen wollt, das Spiel released morgen. Also, wenn ihr noch wirklich gute Bots euch schnappen wollt, dann ist jetzt genau die Zeit, weil bevor die Leute natürlich anfangen, das Spiel zu hypen, davon mehr Content zu createn, dann wäre jetzt eigentlich die Zeit, sich coole Bots rauszusuchen. Ich habe über die letzten Monate mir immer wieder Bots gekauft, besonders welche mit Legendary-Karten. Genau, und bin relativ gut aufgestellt. Also ich habe locker 20 Länder, die ich auch verteilen kann an Scholars. Habe auch schon Leute, die mich angeschrieben haben von meinen alten Axie-Scolars, die hier für mich spielen wollen. Und habe auch echt ein paar richtig, richtig gute Bots hier gefunden. Ich gehe so ein bisschen, um schon mal ein bisschen über meine Strategie zu reden, ein bisschen auf dieses Burn-Mechanismus. Das ist genauso, wie wir es kennen von Axie und Fündchen mit dem Poison. Also, dass man über einen längeren Zeitraum sozusagen den Gegner vergiftet oder hier verbrennt in diesem Fälle. Und dass er von alleine dann stirbt. Bedeutet, man muss viel Burn mit sich bringen und gleichzeitig aber auch Schilde und Verteidigung, damit man selber natürlich nicht so schnell stirbt und länger am Leben bleibt, als der Gegner, der gerade am Verbrennen ist. Das ist so ein bisschen meine Strategie. Ich weiß natürlich noch gar nicht, ob die aufgeht. Das werden wir in der nächsten Season ab morgen dann sehen. Genau, und der wird, das Game geht morgen live, endlich, nach wirklich, ja, einem Jahr warten. Und wer es gesehen hat, wer mich vielleicht auch verfolgt hat auf Twitter, ich habe auch in der Pre-Season, habe ich den sechsten Platz gemacht, habe da auch schon ordentlich Tokens von denen gewonnen, RBLS. Und genau, sie haben natürlich noch eine zweite Strategie jetzt auch gefahren. Das ist auch nochmal eine sehr interessante News. Es machen mehrere Web3-Games. ist, dass sie neben ihrem Web3-Projekt sozusagen jetzt auch ein Web2, also ein ganz normales Spiel sozusagen, einfach releasen, ohne eine Blockchain-Mechanik, ohne NFTs, einfach um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, um dann eventuell auch die Spieler von dem normalen, sagen wir mal, Web2-Spiel auch auf das Web3-Spiel erstmal aufmerksam zu machen und zu zeigen, es ist gar nicht groß viel anders. Ihr braucht gar nicht unbedingt NFTs. Ihr könnt es auch einfach so free spielen, verdient halt nur einfach nichts dabei. Aber probiert es doch mal aus, ob es euch gefällt. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr euch natürlich nochmal NFTs dazulegen. Genau, finde ich eine sehr, sehr coole Strategie. Und das Spiel, was sie sozusagen releasen jetzt, ist Epic War. Gibt hier auch schon ein kleines Video dazu, einen kleinen Teaser. Ist so ein bisschen wie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Okay, jetzt ist es hier sehr, sehr klein. Ich weiß nicht, ob ich das größer machen kann. Ne, hier drüben. Das ist so ein bisschen, ja, wie nennt man das denn? Ich habe das nie gespielt am Handy, aber, ja, man hat halt so seine eigenen Figurenkarten und kann die dann halt auf einer Map loslassen. Es liegt mir auf der Zunge mit diesen Karten. Ihr kennt es bestimmt. Schreibt es mir mal in die Kommentare rein, was ist denn für ein Spiel ich meine. Hier das Trimax und so, die großen Streamer, die haben das auch immer gespielt. Genau, und das ist sozusagen deren Web2-Spiel. Aber, genau, erstmal natürlich jetzt morgen der Release von Xoil Wars. Hier sehen wir jetzt nochmal das Karten-Taktisch-Spiel. Und, ja, da bin ich auch gespannt, was es an Rewards geben wird in der ersten Season. Da werde ich auf jeden Fall mitspielen. Und, genau, werde euch da auch natürlich up-to-date halten. Vorerst natürlich erstmal auf Twitter und dann natürlich auch bestimmt hier mal wieder auf YouTube. Also, liebe Leute, das war es auch schon zum Video, zu meinem Update. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Bitte, bitte, bitte abonniert den Kanal und gebt mir ein Like. Das hilft mir einfach hier gerade im Bärmacken auch wirklich noch motiviert zu bleiben, dran zu bleiben. Umso mehr Leute werden es auch sehen. Und von daher, wenn ihr noch irgendwas von mir wissen wollt, einfach immer in die Kommentare. Ich bin immer erreichbar. Ich antworte auf jedes Kommentar. Und von daher würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und wie immer, bis dahin, save the planet!